Also die Inzotec GmbH ist jetzt mittlerweile seit 13 Jahren auf dem Markt. Wir haben zwei Marken im Golf-Trolley-Bereich. Das ist zum einen Inzotec und einmal Galaxy. Inzotec mit den Edelstahl-Trolleyes und mit der Marke Galaxy bedienen wir als nächstes Preissegment mit Titan, Carbon und auch einem besseren Edelstahl-Trolley. Also das Interessante an dem Trolley ist, dass ich den für den Transport einmal klappen oder auch klein zerlegen kann. Also so wie jetzt die Klappvariante, vielleicht noch Räder runter. Und wenn ich den Trolley zerlegen möchte, dann brauche ich den hier nur über diese Druckknöpfe, ich drücke hier ein, ziehe hier rüber, über diese Druckknöpfe einfach nur schnell zerlegen. Wir haben jetzt hier auf dem Galaxy Titan Wagen die Golftasche montiert. Akku stecke ich hier an der Seite an. Die hat auch noch für den Komfort eine Ladestandsanzeige, dass ich weiß, wie viel der noch geladen ist. Und dann kann ich als Golfspieler meine Golftasche mit dem Trolley ganz bequem elektrisch über den Platz fahren lassen. Das Wichtigste an so einem Golftrolley ist der Antrieb, also das Herz von dem Gerät. Und der kommt hier aus dem süddeutschen Raum.